Applaus So meine Damen und Herren, liebe Sportfreunde, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zum heutigen Freundschaftsspiel, nämlich zum internationalen Freundschaftsspiel zwischen Lokomotive, Moskau und FC Fastan. Alexander, Nr. 6, Barinov Kmitri, Nr. 59, Bartoszak Lukas, Nr. 8. So, keine Minute alt, das Spiel 1 zu 0. Applaus 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 Geht! Geht! Applaus Geht! Geht! Untertitelung des ZDF, 2020